Sie sehen eine Führerstandsmitfahrt, gefilmt aus einem historischen Schienenbus der Oberhessischen Eisenbahnfreunde. Sie sehen die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau. Dieser Film wurde im Dezember 2014 aufgenommen. Die Oberhessischen Eisenbahnfreunde sind ein gemeinnütziger Verein in Gießen, der historische Schienenbusse der 50er und 60er Jahre erhält. Mit diesen Schienenbussen machen Sie regelmäßig Sonderfahrten. Mehr Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.oef-online.de Diesen Film der Führerstandsmitfahrt finden Sie auch im Internet zusammen mit noch anderen Führerstandsmitfahrten. www.rumsenden.de www.rumsenden.de Die Musik stammt von www.mixotik.net Mix Nummer 272 Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie sehen eine Führerstandsmitfahrt, gefilmt aus einem historischen Schienenbus der oberhessischen Eisenbahnfreunde. Sie sehen die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau. Dieser Film wurde im Dezember 2014 aufgenommen. Die oberhessischen Eisenbahnfreunde sind ein gemeinnütziger Verein in Gießen, der historische Schienenbusse der 50er und 60er Jahre erhält. Mit diesen Schienenbusse finden Sie im Internet unter www.oef-online.de Diesen Film der Führerstandsmitfahrt finden Sie auch im Internet zusammen mit noch anderen Führerstandsmitfahrten. www.oef-online.de www.oef-online.de Die Musik stammt von www.mixotik.net Mixnummer 272 Die Musik stammt von